ja hier wieder beim koali und beim in der secret world und wir haben uns verstärkung geholt den franken stone weil wir vermuten dass wir gleich in einen dungeon reingehen also ich weiß das glaube ich und zu zweit traue ich mich das nicht nach den erfahrungen jetzt gerade mit diesem komischen boss hier und ja der franken stone ist freundlich und putzt uns die wüste ist voll staubig hier ja ja genau so wir müssen aber noch die notiz des archäologen lesen ich glaube das ist was wir im winter haben ja mehr über die interpretation der durch morning light erfahren da müssen wir glaube ich nach london richtig das war in london da zu dem stand ja können wir aber auch hier durch agatha direkt durch ja schneller ich muss mir ja auch mal shortcut machen irgendwie ich habe agatha christi noch nicht mit dem charakter hier auch dieser flöten christ mein zimmer die hatte ich haben wir schon gemacht okay dann bleibt das achieve mit nicht geschafft gestorben ja so muss da einmal durch ohne zu sterben oder wie ja durch dieses gang wahrscheinlich da wurde das feuer auf dich zukommt das haben wir gestorben ja ich mach dir ja nebenbei immer so und ich bin ja so ich bin schon in london also könnte ich sag auch was ist mit dem ladebildschirm los ich bin gerade in 3 ich warte dann hier mal in der station auf euch und ich warte hier wo ihr hin müsst also quali ja ich glaube diesmal lohnt es sich mehr so fünf stunden in der gruppe zu stehen weil ich bin jetzt nur vorbeigelaufen habe was bekommen so hast du glück gehabt was hast du gekriegt eine skijacke glaube ich habe ich erst gesehen da war ich jetzt schon gerade den ladebildschirm reingegangen sehe ich nur was hat was bekommen und ladebildschirme habe weiße skijacke oder sowas herzlichen glückwunsch danke naja skijacke weiß ja was mache ich denn jetzt mit diesem elementarismus fokus hier verticken ich glaube ich behalte ihn einfach jahre sind falsch müssen länger sein da ist er ja hallo jetzt laufen wir alle zum frank dann ist leider ein neues zeitalter und lesen wahrscheinlich die übliche scheiß morning light kacke der straße nach xibala folgen die ist er hat euch hier verblüht ja also damit die rote suppe von dem hat mich ein paar mal getötet gut dass du das sagst ich glaube ich sollte mal reparieren oh ja ich bin jetzt auch wenn ich sterbe so fast immer an den zwanzigtausend jetzt an den zwanzigtausend achtzigtausend fünfhundert immer pro ich weiß immer um die hundert bezahlen da siehst du mal wir reden ein bisschen von anderen gewissen ordnungen aber ich vergesse mich ständig zu reparieren oh der quest ist hier schon vor zur wende müssen da gar nicht rein doch doch die es automatisiert sich da oder geht halt weiter wenn du reingehst ich kann hier schon einen bericht senden ach so ja und trotzdem können wir das dann schon machen wie beim katzengott ok aber dann kriegen wir wahrscheinlich die quest erst da drin auf normal schaffen wir den sicher ich muss gleich mal die morning light broschüre wegschmeißen warum sie fühlen dich zum licht zu der reinheit deiner eigenen seele ja nee ist klar den inventar platz weg ja das ist gut hier kann man den wieder umstellen aber das würde ich nicht empfehlen denn der ist ein bisschen härter als der von der katzengott typ ok ich würde ein bisschen mehr leben anziehen ah ja genau leben brauche ich kann nicht ich kann leider nicht mehr leben anziehen 1 warte 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 erste ich krieg ein lebens item Ach fuck, 10-2er-Sachen und sowas kannst du ja gar nicht tragen bestimmt, oder? Mhh, doch. Ja. Dann mal hier. Ich kann auch hier noch ein Stärkungsmittel einschmeißen für 420 mehr Gesundheit. Ich hab ein Stärkungsmittel für dich, das gibt dir 940 zu setzen für Gesundheit. Ach, das ist charaktergebunden, weil ich glaube ich das schon mal anhatte. Dann kann ich dir leider doch nichts geben. Dann gib mir mal das Stärkungsmittel, Esrak. Oder hast du ein Item für mich? Äh, nein. Sie können charaktergebundene, ich hab die doch schon oft genug geteilt. Okay, der geht nicht, sorry. Dann nehme ich meinen, dann hab ich jetzt 3000 Leben, das müsste aber auch eigentlich halbwegs hinhauen. Hoffen wir mal. Okay. Also, Frankenstein tankt. Kann ich tanken, ich hab nur EDDs. Dann musst du tanken. Ich? Ich kann nicht tanken, ich würde das Akku in Sekunden schnell verlieren. Nein. Ich hab gesagt, das wird euch so oder so passieren. Egal wer jetzt tankt. Ja, das ist bei dem auch nicht so schlimm. Der macht ohne tankt, hat beim Katzenkorn aufgeklappt. Okay. Probieren wir's. Ähm, also zur Erklärung, der Typ, der da jetzt gerade steht, der ist noch nicht so wild. Da kommt gleich noch ein viel größerer. Äh, wenn man den angreift, macht der so Blitze nachher irgendwann auf dieser Terrasse. Da muss man dann rauslaufen. Außerdem debufft er uns, dass wir weniger Lebenspunkte haben. Und dann ist hier irgendwo, spawnen so Lichtpunkte und da laufen EDs hin. Und wir müssen die EDs, bevor die da ankommen, töten, sonst kriegen wir Aua. Ah, Aua hört sich nicht gut an. Genau. Also rein. Und töten. So, der war ja noch easy. Das war der Boss. So, da hinten kommt der Boss. Siehst du ihn? Hm, nein. Guck mal nach links. Wow. Und hier ist doch das Lichtdingens da. Achtung, da ist schon das erste ED. Aber Frankenstone hat das schon. Ah, aber eins ist direkt ruhig, oder? Da ist noch eins. Oh, aber. Habs, habs. Ja gut. Das war echt knapp. Hier ist noch eine. Ja, auf Albtraum spawnen die dann irgendwie so zwei Meter davor. Das ist doch nicht so geil. So, einer muss nach vorne. Ja, gut. Ja, ich hab einen Blitz. Sie haben keine freie Sicht auf das Ziel, was in die Scheiße denn? Und mach mal das ED weg. Ja, heiben uns noch ein ED, genau. So, ein bisschen Heilung hier für den Frankenstone. Wenn er das nicht schon getötet hätte. Ah, ne, hat er noch keinen. Oh, köstliche Heilung. Ah. Er hat ja doch ein Schild, oder? Zieh den, was das noch so? Vollständige Schadensabsorptionsbarriere. Ja, jetzt ist er. Wir dürfen Frankenstone nicht verlieren. Er ist der Einzige, der richtig Schaden macht. Meine Gefühle denkst du dabei gar nicht, ne? Ich geh mal zu meinen Gefühlen wieder. Ja. Mann. Ed, auf der rechten Seite. Auf ihn. Bis jetzt funktioniert es ja noch halbwegs gut. Komm wieder, Ed. Verteidigt das Licht. Genau, wir müssen da reinlaufen. Wow. Ah. Scheiße. Aua. Ich nippe mir nicht ab, da. Ach, ein bisschen heilen. Ja, ich brauch, äh, Heilung. Aber jetzt siehst du ja, dass wir ein wenig, super wenig Lebenspunkte haben. Der Vogel ist auch da, fürs Wissen. Hier ist Wissen besser. Ja, ich brauch, äh, Heilung. Gleich gut. Gleich gut. Weg. Scheiße. Beide tot? Ne, ne, ich hab noch. 432. Du warst ein bisschen zu weit weg, beziehungsweise genau in dem Augenblick, wo ich, äh, das Wissen aufgesammelt hab. Ja, das war das Problem. Der ist ja nicht mild. So lange dürfte ich. Ja, doch. Der hat so lange dürfte der auch nicht mehr durchhalten. Tod, der ist ab. Ah. Perfekt. Ich hatte gerade schon Angst um deine Lebenspunkte. Ah, ich hätte ja immer noch so ein Rotflügel ziehen können. Da ist er down. Auch wenn ich draufgegangen bin, muss ich sagen, ich fand den Einfachheit im Katzengott. Ja, ist auch auf normal. Ja, auch für den Katzengott im Vergleich, ist es auch auf normal. Ja, Nightmare ist schon, äh, ätzend, weil da ist so, was anders ist. Ähm, die Ätz, die spawnen mit den Lichtern. Da ist das Problem, dass die Lichter voll verteilt sind und die Ätz auch, ähm, weil da, ähm, ähm, verschiedenen Dingen dann auftauchen, da kriegst du nicht alle runter. Und dann wirst du ungefähr so bei 4, 5k live schon haben. Weil sonst, äh, stirbst du einfach während des Kampfes. Ja, weil die, die, die ziehen ja halt ständig das Leben runter. Das ist halt nicht so geil. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt noch zum ursprünglichen Treffpunkt gehen, weil da kriegen wir noch mal was ganz Tolles, der Israq. Das musst du auch sofort anziehen. Ja, das ist das beste Kopfschmuckteil des gesamten Spiels. Seit wann ziehst du nackte Frauen an? Wenn ich in die Haut abziehe? Nein. Ich wollte mich... Vor allem, denkt man, du müsstest mittlerweile auch eine Einladung bekommen haben. Was müsste ich? Eine Einladung bekommen haben. Für die Verbindung. Ähm, wo sieht man das? Ähm, ich glaube, es scheint eigentlich mitten im Bild oder so. Nein. Aber ich hab da auf jeden Fall den Geschmack gehabt. Hallo, ab nach Ägypten. Vorbeigehen hab ich auch zwei Sachen bekommen. Was? Warum hab ich nix gekriegt? Einmal Wollnpudeln mit so rot, die hab ich aber schon. Und dann schrie ich... Ah, kannst du mir die geben? ... die Farbe hab ich auch schon. Ja. Und Mütze... Rot hab ich nämlich mit der Eukalypter noch nicht. Ich hab sie noch überhaupt nicht. Ach, ihr seid in der Wüste wahrscheinlich, ne? Ja, wir müssen uns jetzt dieses tolle Kleidungsstück abholen, was wir hier kriegen. Ich versuche ja immer noch die Flötenmission und die Hell jeden Tag zu machen, weil dann gibt's ja zwei Geschenktüten. Die Hell? Hm. Mit den Beschwörungen, die wir da... Ja, die können wir gleich auch noch machen. Aber zu dritt... Nee, natürlich nicht. Also wir haben gestern mit fünf Jahren Nightmare und zwar so zu tun, dass wir... Ich hab grad ihre Filmsequenz. Ach. Aaron... Aaron wollte den Standort nicht unbeaufsichtigt lassen. Sie wissen ja, was wir dort zutage gefördert haben. In Wirklichkeit ist das... Das ist das völlige Mist. Aaron und ich sind... Es wird mit dem Alter nicht einfacher. Im Gegenteil. Wir kennen alle Worte, aber... Es wird nicht einfacher, die richtigen zu sagen. Tut mir leid, dass meine Feierstimmung so gedämpft ist. Mein Gefühl des nahenden Untergangs ist gänzlich subjektiv. Nun, vielleicht nicht gänzlich. Wir sind in der Dämmerung eines vierten Zeitalters. Ob es nun endet, wie die Maya sagen, oder die Atonisten, oder jemand völlig anderes. Enden sind schwer vorher zu sagen. Nur eines schien immer sicher zu sein, dass es ein Ende gibt. Ob so oder so, das große Ganze macht mit uns, was es will. Ach, ich schwafle schon wieder. Dabei ist doch Weihnachten. Und Sie sind mein Geist der kommenden Weihnacht, oder? Sie haben uns allen eine neue Chance gegeben. Und jetzt, Geist, brauche ich Mut für die aktuelle Aufgabe. Ich muss der Frau im Café beibringen, wie man einen guten Weihnachtspunsch macht. Ja, das wär's. Voran, Geister, voran. Nee, lass mal. Ich will keinen Weihnachtspunsch. So. Ich bin noch drinnen. Ach so. Ja, okay. Nein, ich habe keine Fähigkeitspunkte erhalten, weil ich... Das ist ein Ärger. Ah, ich hab den Geschenk und ich bin gestellten. Ja. Die Geschenke sind auch... Ah, okay. Alu-Folienhut, yeah. So, aber wie sieht man das denn jetzt hier mit dem... Wenn du eine Einladung verschickt hast? Oder muss das irgendwo anders noch freigegeben werden oder so? Ähm, eigentlich glaube ich nicht. Das ist jetzt für die Zuschauer natürlich auch total spannend. Nee. Ähm, ich würde sagen, wir brechen dann hierbei trotzdem, dass wir noch nicht eine halbe Stunde voll haben, ab. Und zeigen euch dann beim nächsten Mal, wie man ein paar Krampusse jagt. Oder wie man Vögeln hinterher rennt. Das kann man nämlich auch machen. Bis zum nächsten Mal erfahren euer Koali und euer... Und der... Frankensturm. Frankensturm. Ja, alles klar. Tschüss. Schuss. Musik. Abon quiert. Schuss. Kau. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020